Wenn du jetzt einfach so diese selbst gesammelten Steine ins Aquarium tust, woher weißt du dann, dass die Wasserwerte nicht beeinflusst werden? Keine Sorge, das kann man doch ganz einfach testen. Wenn ich Steine sammle von draußen und die ins Aquarium tun möchte, wo ich Angst habe, dass sich die Wasserwerte beeinflussen lassen, dann kann man einfach Säure nehmen. Also ich nehme Essigessenz, man kann aber auch Zitronensäure, Entkalker, pH-, was man so da hat, bei Kleinsteigen einfach da reintun oder bei größeren Steinen drüber gießen und wenn sich dann Gasblasen bilden, dann greift die Säure das Calciumcarbonat an. Also Carbonat wird dann zu Calcium und CO2, sprich Kohlenstoffdioxid, was als Gasblasen da rumblubbert. Das sieht man dann und wenn man solche Bläschen sieht, dann weiß man, okay, der Stein ist wohl nicht für uns geeignet. Und warum? Weil dann auch im Aquarium die Mineralien, also Kalk und andere Minerale, langsam ins Wasser übergehen und dort die Härte und auch gegebenenfalls den pH-Wert beeinflussen können. Ach, so ist das. Ja, okay, verstanden.